Hi, hier ist Richard wieder aus dem Campus 99 Loft. Diesmal nicht allein, sondern mit Mario meiner Seite. Der kümmert sich bei uns um das Event- und Talentmanagement und genau um die Talents, nämlich um euch geht es heute. Im letzten Video habe ich ja gesagt, wir wollen euch mal ein bisschen was erklären, was diese Kanalvermietung, dieses Channel Sharing eigentlich sein soll und das kann uns Mario hoffentlich erzählen. Genau. Wir haben uns überlegt, dass wir euch unseren 99 Firefilms YouTube-Kanal zur Verfügung stellen möchten, indem ihr eure Inhalte widerspielen könnt oder eure Videos der Community zugänglich machen könnt. Dreht ein kurzes Vorstellungsvideo, erzählt wer ihr seid, wo eure Interessen liegen und teilt sie unserer Community mit. Dadurch generiert ihr natürlich große Reichweiten, nutzt die ganze 99 Firefilms Community, um auf euch aufmerksam zu machen. Das ist die Kanalvermietung, darauf haben wir Lust und wir freuen uns auf eure Beiträge. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, geht das rein damit in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns auf die erste Kanalvermietung. Bis dahin, ciao, ciao, sagen Mario und Richard. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.